Willkommen bei den technischen Betrieben Glarus. Seit dem 1. Januar 2011 betreuen wir das neu formierte Gemeindegebiet der Stadt Glarus mit den Stadtteilen Metztal, Enenda, Riedern und Glarus. Die technischen Betriebe Glarus sind ihr Ansprechpartner für Strom, TV-Internet, Gas und Wasser. Privat- und Firmenkunden erhalten bei uns alles aus einer Hand. 30 Mitarbeitende sind für sie im Einsatz. Seit über 100 Jahren sorgen wir für elektrische Energie. Dabei ist die Axpo unser hauptsächlicher Stromhauptlieferant. Dank eigener Kleinkraftwerke, wie das Kraftwerk Luchsingen, können wir aber auch umweltschonenden Naturstrom anbieten. Die verschiedenen Stromtarife, wie auch alle anderen Tarife, finden sie auf unserer Homepage. Von der zentralen Leitstelle aus wird die Versorgung der rund 10.000 Haushaltungen und Betriebe überwacht. Bei der Übernahmestation Buchholz gelangt der Strom ins weitverzweigte Netz der technischen Betriebe Glarus. Unser Kabelangebot umfasst ein breit gefächertes Sortiment an TV- und Radiokanälen in digitaler Qualität sowie Internet in verschiedenen Leistungsklassen für Private und Firmen. Umweltfreundliches Erdgas liefern wir mit einem leistungsfähigen Netz in Mitlödi, Enendar, Glarus, Riedern und Netztal. Mit den sieben Reservoirs und drei Pumpwerken verfügt die Gemeinde Glarus über eine leistungsfähige Wasserversorgung. Die technischen Betriebe stellen in Verfügbarkeit und Qualität des Trinkwassers sicher. Wir sind stets für Sie da, auch in Notfällen. Unser Pikettdienst hilft Ihnen rund um die Uhr, jeden Tag. Technische Betriebe Glarus.